So, hallo und herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde weiter mit Magier. Macht gerade irgendwie Spaß mit dem. Ich weiß, er ist noch nicht ganz perfekt. Ja, er ist noch überhaupt noch nichts. Wir können da noch einiges dran verbessern, aber wir schauen jetzt nochmal, wie die nächste Runde geht. Und wir bekommen einen Gegner und ausgerechnet auch noch einen Jäger. Ähm, ist gut, ist blöd. Hm. Ja, schauen wir mal. Die könnten trotzdem ein bisschen Schaden machen. Oder noch was machen. Um beide ging es ihm zum Spielen. Jetzt, so früh am Anfang, wurde er noch kein Lass die Hunde los und diese ganze Kacke spüren. Deswegen können wir das hier jetzt schon ein bisschen riskieren. Jetzt noch einen überlässigen Schuss. Gut, damit kann ich selten. Wir können beide jetzt durchführen. Und er muss erstmal an den beiden schweifen. Und das sind halt vier Schadensrunden, die er noch nicht reinmachen muss. Und das könnte natürlich bedeuten, er kommt nicht ins Spiele. Wir schauen mal. Ich kämpfe. Ich kümmere mich drauf. Ich kämpfe. Wir hauen ihn auf jeden Fall mal richtig schön runter. Und probieren das Ganze schön zum Kontrollen. Und lass die Kacke spüren. Und lass die Kacke spüren. Einsatzbereit! Ich spüren nochmal hier. Ich kann eigentlich nur, wenn man den zu glücklichen Schaden kann. Ähm, wir spielen... Also auf jeden Fall... Ich kümmere mich drum. Sie machen ihn. Den Ace-Wing-Würzen würde ich eigentlich gerne spielen. Dann macht man das auch. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Und es steht 26 zu 22. Okay, Runde 5. Lass die Hunde los. Ah, jetzt bin ich dran. Aber er kann keinen Wald ausspielen. Ja, was bringt's? Du kannst... Ja, er muss die gesamten... Und seine gesamten Hunde... Und seine gesamten Hunde... Und das muss man gerade für die Kacke rufbringen. Was für eine Verschwendung. Gut. Der kann immer noch schöne 6 Schaden machen. Ähm... Ihn heilen bringt natürlich nichts hier. Er hat überall seine schönen 2 Schaden drauf. Deswegen würde ich sagen, spielen wir uns mal... Ich kümmere mich drum. Und geben ihm weiter Schaden. Wenn er jetzt natürlich das Glück hat, muss man genau hier sehen. Wenn er jetzt natürlich das Glück hat, muss man genau hier sehen. So... Wir können beide entfirmen. Was glattst du so? Ich kümmere mich drum. Ich habe nicht genug Mana. Ach, mein Mischt habe ich vergessen, dass es mischt. Ich habe mich verrechnet. Aha! Na ja, schade. Na klar. Ich habe den 6er ausgespielt. Und... Ich bin gar nicht mehr dran gedacht. Na ja. Ich kriege einen wunderschöner Fehler. Und damit kriegt er ihn jetzt. Kann er den noch hoch machen? Er will noch eine Kappe ziehen. Um ihn schön zu machen. Und ich glaube, das ist der perfekte Moment, um... Ja. Das ist der perfekte Moment. Und dann führt er alle seine weg. Ich kümmere mich drum. Ich zerstöre! Ich nehme den gewissen Schaden rein. Und mit ein bisschen Glück haben wir jetzt Matchball. er schaut notgedrungen was er für karten auf dem deck hat und lasst die hunde los würde ihn natürlich jetzt noch mal retten wenn ich jetzt ein dispeller habe reich ok und er spielt mit dem blöden ars ok wir brauchen einen dispeller und wir bekommen einen dispeller ja wir bedanken uns schon mal das war eine schöne runde obwohl wir so blöd waren und ich danke euch vielmals fürs zuschauen ja und hoffe wir sehen uns bei der nächsten runde dann wahrscheinlich noch mal ein magier wir schauen mal je nachdem was ich lust habe ich wünsche euch vielmals viel spaß damit drückt gerne kopieren steht hier an der Seite dran und schreibt mir wenn ihr noch verbesserte Vorschläge habt